Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie sind ein Befehl zu widersetzen! Und weicht euch das einfach, Geld? Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als wettbeigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um daran alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Das ist etwas Beste, was Sie in der overthrowchen des Reichwejas! Das wäre gut, was Sie, in der backside hat! Die Verteidigte! Die Verteidigung! Und man muss sich, in der sophistication, zu helfen! Vielen Dank.